Herzlich Willkommen zu meinem ersten Lords Mobile Video auf Deutsch. Das hier ist ein Free-to-Play-Account, also ich gebe kein Geld aus und so mache ich auch die Tutorials. Wir machen heute die erste Stage von der Limited Challenge Trick vs. Trick. Hier bekommt ihr Beatrix. Warum ist die so gut? Ganz einfach, ihr kriegt einen Research Boost. Sobald ihr sie im Team habt und sie auf Gold habt, das dauert natürlich ein bisschen, wenn ihr kein Geld ausgebt. Aber schon ganz am Anfang gibt es euch 1,25% Research Boost, wenn ihr sie dann auf Gold habt, 25%. Das ist ziemlich geil, das muss ich wirklich sagen. Fangen wir mit der ersten Stage an. Ihr müsst hier Petite Devil hernehmen und ihr habt nur Level 20 Helden. Wir nehmen diese 5 Helden, wenn ihr Rose Knight habt, nehmt die an Stille von dem Child of Light, da es aber ein komplett Free-to-Play sein soll. Ich weiß, dass man Rose Knight auch Free-to-Play bekommen kann, so wie es ich geschafft habe, aber das dauert ein bisschen. Und ich will das natürlich auch für Leute machen, die gerade mit dem Spiel anfangen und vielleicht noch nicht alle Stages oder viele Stages freigeschaltet haben und Child of Light bekommen, man ziemlich früh. Und deswegen will ich das für alle machen, dass ihr, dass alle das bekommen könnt. Okay, ihr seht schon hier, die sind ziemlich oft immun, die Gegner, aber das ist am Anfang noch kein Problem. Später wird es dann irgendwann ein Problem, weil ihr eben keinen Schaden mehr austeilt und nur noch schwer durch die Gegner durchkommt. Und vor allem in der dritten Stage ist es wirklich nicht einfach, die dann zu besiegen. Deswegen brauchen wir jeden Schaden, den wir bekommen können. Fangen wir gleich an mit Child of Light. Warum nehmen wir den Helden her? Ist ziemlich tanky, hält ziemlich viel aus und hat auch noch Crowd Control. Prima Donna, den Skill setze ich jetzt auch gleich ein, die healt euch einfach hoch. Ist auch wirklich wichtig. Petite Devil, was kann die? Stunt einfach alle. Ziemlich krass, ziemlich asozial. Ist auch ziemlich gut dann für die Battle Arena. Also im Kolosseum meinte ich, wenn ihr da dann ein bisschen Schaden machen wollt, dafür ist es auch ziemlich gut. Genau, wie gesagt, Child of Light braucht ihr immer zum Hochhealen. Schaut, nicht Child of Light, Prima Donna, dass am besten keine von euren Helden sterben. Das wollen wir möglichst vermeiden. Und den Rest der Helden brauchen wir einfach nur für Schaden. Um einfach durch die Gegner durchzukommen. Genau, zweite Runde. Wenn ihr die Frontline vom Gegner besiegt habt, spart euch einfach eure Fähigkeiten auf für die nächste Runde. Dritte Runde ist die schwerste, muss ich wirklich sagen. Schaut, dass ihr hier möglichst oft den Gegner cc'd und dann gleich, sobald die cc'd sind, die Backline hier besiegt. Weil, ja, sie teilt ein bisschen Schaden aus, aber es ist auch einfach, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, gleich die Backline zu besiegen, dann macht es. Also, warum solltet ihr dann warten? Wichtig ist, der Gegner macht ziemlich viel Schaden. Das heißt, haltet immer eure Helden auf relativ hoher, auf relativ hohem Leben. Hier auch wieder das gleiche. Schaut, dass ihr eure Fähigkeiten ziemlich zügig einsetzt, dass ihr auch durch die Frontline vom Gegner durchkommt. Ihr habt gesehen, richtig viel Schaden. Wieder hoher mit Prima Donna, solange Prima Donna nicht stirbt und die Fähigkeiten absinnt, sollte das eigentlich kein Problem sein, dass ihr hier diese Stufe schafft. So, die Frontline haben wir besiegt, das war das Schwerste. Wenn ihr die besiegt habt, ihr habt noch 40 Sekunden übrig, dann sollte der Rest wirklich kein Problem sein. Ihr seht, die schmelzen eigentlich dahin. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, auch für kommende Challenges, dann lasst doch ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ihr werdet immer auf dem aktuellen Stand gehalten, wenn ich neue Videos hochlade. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.